Meine herz aller liebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei anno 1800, der silberne Käfig. Falls ich so aussehe, als wäre ich gerade eben jetzt aufgestanden, das liegt daran, dass ich gerade eben jetzt aufgestanden bin. Ich weiß auch nicht, ob diese Folge heute noch kommt, also vielleicht auch gestern, also ihr wisst, was ich meine. Ich bin ablang gepennt und bin gleich los mit Annika zum Klettern. Annika und ich haben seit einigen Monaten ein neues Hobby für uns entdeckt, was wir gemeinsam verfolgen. Und zwar gehen wir nämlich zusammen bowlern, so ein-, zweimal die Woche. Und dann danach wird gekocht und dann streamen und ich weiß nicht, ob ich das heute noch hinkriege mit dem. So oder so, es kommt wohl demnächst. So, willkommen zurück, wir haben die zweite Rate abbezahlt, da ging es um 40 Silberbarren und jetzt steht die dritte Rate dann auch schon vor der Tür. Der macht ja keine Pause. Die Barren sind nicht das Thema, die haben wir schon auf Lager, wir haben schon 100 auf Lager fast. Aber wir müssen eben auch die ersten 10 Silbermünzen abgeben. Die Prägestätten haben wir auch schon vorgeplant. Ich meine, wir sind ja vorbereitet, so ist es nicht, ne? Die sind auch schon hier geplant, dass die hier gebaut werden und so weiter. Aber was das Problem ist noch, und da müssen wir uns jetzt dringend drum kümmern, um, äh... Die Flammen sind außer Kontrolle. Ja, das ist auch ein Problem. Oh ja, Großbrand. Ja, wir haben ja hier diese, diese Brandgefahr irgendwie, äh... Hier, Gefahr akzeptieren. Brandgefahr plus 50 Prozent, genau, da war was. Ähm, Kautschuk. Wir müssen uns dringend um Kautschuk kümmern, sonst können wir keine Silbermünzen herstellen. Und das ist ein bisschen problematisch insofern... Warte mal, wir holen mit dem schon mal eben neue Ziegel auch. Bzw. der kann einfach direkt losfahren mit neuen Ziegeln hier. Komm, lass Ziegel drauf, fährst rüber. Wir haben ja jetzt zwei Schiffe. Das ist insofern ein bisschen problematisch, als dass wir für Kautschuk natürlich dann auch Ackerboden brauchen. Wir haben Kautschuk nur auf dieser Insel hier. Aber wir haben jetzt noch 22 Minuten lang Sommer. Das heißt, frühestens in 22 Minuten fängt es an zu regnen. Das heißt, erst dann haben wir fruchtbaren Boden. Und wir müssen aber in 40 Minuten auch schon die Münzen abgeben. Insofern haben wir dann quasi nur 20 Minuten, um Kautschuk herzustellen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, gut, ein bisschen Ackerfläche haben wir auch jetzt hier schon. Aber das reicht, glaube ich, nicht mal für eine einzige Farm. Ne, das reicht nicht mal für eine einzige. 130 von 144. Insofern, ja, der kann jetzt natürlich so viel produzieren, wie er kann. Aber mehr Bewässerungskapazität haben wir frühestens in 20 Minuten. Wird also ein bisschen eine enge Kiste. Wir müssen dann, wenn es regnet, zack, Kautschuk produzieren, zack, mit dem Schiff rüberbringen. Zumindest 10 Tonnen, zack, 10 Münzen herstellen. Das könnte, ich weiß es noch nicht, aber es könnte eng werden. Ansonsten sind wir jetzt natürlich wieder in diesem Rhythmus zwischen Barrenproduktion, Münzenproduktion und Amalgamproduktion. Immer mit dem Regenzeit, immer abwechselnd mit Regenzeit und Trockenzeit. Wir haben jetzt, wir können ja eben unsere ganzen Rohstoffe durchgucken hier. Silbererz haben wir hier noch 150 Tonnen knapp. Cyanid haben wir noch 220. Das heißt, wir müssen dringend mehr von den Dingern bauen eigentlich. Wir müssen mehr Cyanidbecken bauen. Haben wir uns schon wieder hier die Küste zugebaut? Ich denke wieder nicht mit, Freunde. Wir brauchen den Küstenplatz doch für die Cyanidbecken. Mensch, Mensch, Mensch. Da muss die Polizei woanders hin. Und die Feuerwehr muss auch woanders hin. Fünf, sechs, sieben. Komm schon. Na gut, muss der auch noch weg. Acht. Warte mal. Und wenn der hier hin kann, kann der da hin. Noch eine weitere Cyanidlaugerei. Weil wir haben jetzt die Rohstoffe für das Amalgam, für das Silberamalgam. Die haben wir ja. Wir haben ja noch genug hier auf Lager. Und Silbererz zum Beispiel kann ich mir jetzt auch noch holen hier drüben. Da haben wir auch schon wieder 16 Tonnen nur. Sag mal, arbeitet ihr die auch oder was macht ihr den ganzen Tag? 16 Tonnen Erz. Könnt ihr euch mal ein bisschen Mühe geben vielleicht auch bei der Arbeit oder wie ist das? Wir könnten auch noch, äh, also wir haben jetzt halt viel Arbeitskraft sogar übrig eigentlich aktuell. Das heißt, auch wenn gerade Sommer ist, können wir mal ein paar von denen doch arbeiten lassen. Dann können die schon mal Barren machen. Ich meine, schade da nicht. Ja, bouldern. Upsal, da hau ich hier direkt mal ein Mikro weg. Bouldern, da bin ich mit der... Da boulder ich direkt mal ein Mikro weg. Äh, das haben Annika und ich für mich entdeckt. Ich war mal irgendwann als... Ich weiß nicht, vielleicht war ich da 12 oder so. Da waren wir mal irgendwie in der Kletterhalle klettern. Bouldern hab ich tatsächlich noch nie gemacht gehabt. Nur so mit... Also es gibt Toprope-Klettern. Es gibt verschiedene Arten zu klettern natürlich. Aber in der Kletterhalle klassischerweise hast du halt normales Klettern mit höheren Bänden. Wo man sich oben einseilt und jemand dich sichert. Und bouldern ist halt quasi ähnlich. Nur, dass die Wände halt nicht so hoch sind. Maximal so 3-4 Meter irgendwie. Und dafür ohne Seil. Und stattdessen liegen unten Matten. Weil ich meine, wenn man aus 4 Metern auf hartem Boden fällt, tut immer noch weh. Also es ist halt weicher Boden. 3-4 Meter hohe Wände. Keine Sicherung. Und ein bisschen technischer so. Es geht mehr darum, die richtigen Griffe rauszufinden. Nicht so sehr um Kraft. Also beim normalen Klettern ist eher die Kraft, dass man die Wand hochkommt. Und das haben wir für uns entdeckt. So als neues Hobby vor ein paar Monaten. Haben wir irgendwie gedacht, haben wir gesagt, man könnte eigentlich nochmal in die Kletterhalle gehen. Und hat uns das beiden so viel Spaß gemacht, dass wir das jetzt aktuell dann doch irgendwie auch regelmäßig und öfter machen. Und ich meine, das ist cool. Ich meine, weil es ist ja irgendwo auch Sport. Man bewegt sich ein bisschen. Es fühlt sich aber halt nicht an, als würde man zum Sport gehen. Also wenn ich jetzt, ich war ja schon mal eine Zeit lang joggen. Oder auch im Fitnessstudio oder so. Aber das war immer so ein Gefühl von, oh nee, heute will ich das Sport machen. Musste man sich immer irgendwie zu aufraffen, so motivieren. Aber beim Bouldern jetzt ist es eher so, dass man sich freut einfach. Oh, so wie wenn man als Kind schwimmen geht. Weißt du, als Kind schwimmen gehen, denkst du auch nicht, oh Sport, sondern dann denkst du, nice, schwimmen gehen, geil. Und so ist es beim Bouldern gefühlt auch. Insofern eine spaßige, sportliche Betätigung. Und das auch noch zusammen. Also irgendwie eine ganz coole Sache. Machen wir mal ein bisschen Arbeitskraft jetzt hier wieder noch. Wobei wir eigentlich einfach auch eins, zwei wieder absteigen lassen können. Da bin ich immer ganz, ganz gut dabei. Immer aufsteigen lassen, absteigen lassen, je nachdem, wie man es gerade braucht. Ich fühle mich ja fast, es ist fast ein bisschen dieses Retro-Feeling von damals. Damals, wo ich noch, damals vor dem Krieg. Wo wir noch Let's Plays gemacht haben. So dieses, oh nee, ich muss ja noch den Part für heute machen. Oh, ich muss aufstehen. Und dann so halbleiche irgendwie an dem PC, die Lampen an, die dich mit 500.000 Watt andeuchten. Und sich da irgendwie vor die Kamera setzen, weil man noch schnell die Folge für heute fertig machen muss. Ich nehme sie noch heute auf zumindest. Ich weiß nur nicht, ob ich es noch heute gerendert kriege. Ich hatte gestern nämlich mit meinem Render-Programm auch wieder meine Meinungsverschiedenheit. Bei der letzten Folge, da hatte ich schon drei Viertel des Videos fertig geschnitten. Und dann war das Render-Programm ein bisschen langsam. Dann habe ich den PC einmal neu gestartet. Und danach war die ganze Timeline weg. Alles, was ich schon geschnitten hatte, war weg. Musste ich alles neu machen. Habe es auch nicht wieder herstellen können. Da habe ich dann wieder gedacht, jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht mehr Videos mache, sondern streame. Weil diese auch früher immer, ich meine, ich habe ja im Laufe der Jahre, ich glaube, 4000 Videos gemacht bei YouTube. Immer dieser Frust mit so Render-Programmen, weißt du? Oder du nimmst auf und dann wurde der Ton nicht aufgenommen von der Stimme. Du nimmst eine Stunde ein Video auf, denkst so, boah, das hat richtig Bock gemacht. Geiles Video. Guckst in die Datei rein und irgendwie ist das Video mit so Artefakten oder kaputt. Oder was man sich über die Jahre immer rumgeärgert hat mit verschiedensten Render-Programmen und so. So, wir haben jetzt gerade, ich quatsche jetzt gerade viel über Gott und die Welt wieder. Es tut mir leid. Aber wir haben jetzt auch gerade nicht so viel zu erledigen eigentlich. Und die Insel ist auch eigentlich fast fertig, außer, dass wir hier noch Landwirtschaft hinbauen werden. Und hier steht alles in Brand und Flammen. Ist auch gut. Nö. So muss das. Ah ja, wir haben ja die Brandgefahr erhöht. Ich habe es gesagt, ne, wenn man nach Feuer fragt, kriegt man auch Feuer. So ist das. Hier ein paar Häuser auch abgebrannt, die können wir wieder aufbauen. Aber das wird jetzt so ein bisschen auch das Gameplay in den nächsten Videos. Muss ich wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr rausschneiden. Ich glaube, es wird jetzt nicht mehr, es ist jetzt nicht mehr so viel zu tun. Wir müssen jetzt halt die Münzbräge-Stätten aufbauen. Wir haben halt schon sehr gut, sehr gute Arbeit geleistet in den ersten paar Folgen. Eine gute, grundsolide Basis geschaffen, sodass wir jetzt nicht mehr so hart arbeiten müssen quasi. Jetzt können wir die Früchte unserer Arbeit dann ernten und so ein bisschen gucken, wie alles floriert und funktioniert. Wollen wir hier noch eine Feuerwehr dazubauen, wenn jetzt gerade Großbrandgefahr ist, oder? Und da haben wir aber auch schon, guck mal hier, perfekt. Nee, ich muss mir gar keine Panik machen. Die ersten 10 Tonnen Kautschuk haben wir jetzt schon. Ich dachte nicht, dass der halt, dass der so viel produziert kriegt dann doch, weil er halt nicht mal maximale Felder hat. Und nur eine einzige Farm, aber wir brauchen ja nicht viel Kautschuk. Ich hatte ein bisschen Sorge mit der nächsten Rate. Ich dachte, vielleicht schaffen wir die 10 Münzen nicht in der Zeit, weil Kautschuk fehlt. Aber gut, wir haben jetzt 100 Barren. 60 brauchen wir. Plus 10 für die Münzen. Und jetzt kommt auch das Amalgam natürlich. Jetzt haben wir ja auch 4 von diesen Amalgam-Stätten aktuell in Betrieb hier. So, hier sind meine ganzen Farben abgefackelt. Die müssen wir dringend schnell wieder aufbauen, sonst ist es problematisch. Dann können wir die 10 Kautschuk abladen. Und dann sollten eigentlich die ersten Münzen, die erste Münze geprägt werden schon. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Minusbilanz. Das ist aber kein Problem. Das liegt an diesen Cyanidlauger rein. Die haben extrem hohe Kosten. 128 und jedes Becken. Jedes Becken 150. Und wir haben jetzt 4 mal 8 Becken. Höhere Mathematik. 32. 32 mal 150. 4800. Herr, vergib der Jugend von heute. Ja, sorry. So schlimm sind meine Mathe-Skills jetzt auch nicht. Brauchst du einen Abschluss in Quantenphysik für oder so. Ah ja, jedenfalls, allein diese Becken, ne, kosten halt extrem viel Unterhalt. Deswegen darf man sich da jetzt nicht von täuschen lassen. Sobald die Regenzeit gleich wieder startet und wir die wieder stilllegen, ist die Bilanz dann auch wieder am Positiven. Wir müssen nur darauf achten, dass unsere Gesamt- äh, unsere Reismenge, unsere Geldmenge, dass die nicht zu tief sinkt. Hat er jetzt was gesagt von wegen Münze und so? Ist hier die Arbeiten. Die erste Münze wird geprägt. Gleich, gleich macht's Katsching in der Kasse. Und wir haben die erste Münze. Und hier haben wir noch mehr Ziegel. Gut, dass wir da oben die Ziegelproduktion ausgebaut haben. Ich wusste es. Guck mal, wir haben hier nämlich wieder nichts an Ziegeln. So, Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf Münzen? Ich hätte gerne ein bisschen Cash in der Tash. Bisschen Bargeld. Bisschen Klimper-Money in der Hosentasche. Da! Die erste Münze. Jetzt wird sie mit der Kutsche ins Lager gebracht. Und ausgeladen. Ich mein, so eine Münze ins Lager tragen, ich mein, die ist auch schwer. Das war jetzt unspektakulär. Ich hab eigentlich auf so eine Nachricht gewartet. Kam die schon? Dass er dann eigentlich was sagt von wegen Oh, die erste Münze. Jetzt hat er gar nichts gesagt. Traurig. Die knallen jetzt gut durch hier, die Becken. Und da geht dann auch unser Silbererz ganz schnell Richtung Null. Obwohl wir ja hier 5 Minen auf 150 haben. Nochmal 3 Minen auf 150 haben. Und nochmal 3 Minen auf 150 haben. Ich mein, mehr Silber können wir nicht produzieren. Wir sind an Peak Silber. Wenn die, wenn die Minen nicht reichen, die Elf, mehr geht nicht. Wir können mal noch ein bisschen mehr Rum produzieren. Wir haben nämlich noch relativ viel Zuckerrohr auf Lager. Einfach, weil wir es können. Ich hatte nämlich noch 500 Holz im Lager. Wir haben noch 320 Zuckerrohr. Hier auf der Insel haben wir zwar eigentlich genug Rum. Also es reicht. Wobei es auch ein bisschen sinkend ist. Man kann aber dann halt auch die anderen Inseln so ein bisschen temporär mal mit Rum versorgen. Weil die haben ja gar nichts. Die haben ja ein richtig trauriges Leben. Die haben ja nur einen Marktplatz und eine Kapelle. Nichts zum Anziehen, nichts zu saufen, nichts zu essen. Dementsprechend, wenn man ein bisschen mehr Rum produziert, kann man den ab und zu, wenn man dann sein Silber erst abholt, kann man den mal so ein bisschen Rum mitbringen. Dann freuen die sich immer. Und hier nimmst du hier so ein bisschen Tortillas mit, ein bisschen Rum mit. Und dann kriegen die auch was im Gegenzug für ihre Arbeit in den Silberminen, weißt du? Du holst das Silber ab und die kriegen dafür ein bisschen was zu snacken. Boah, jetzt geht das Geld aber auch gut runter, ne? 32.000 haben wir nur noch. Jetzt mach ich mir doch langsam Sorgen. Aber wir haben fast 200 Tonnen Silberamalgam auf Lager. Also die Oxidationsbecken knallen das... Knallen da durch wie sonst was. Das sind ja jetzt auch nur noch 4 Minuten dann. So, Ziegellieferung. Da haben wir wieder ein bisschen mehr. Und hier kommt das andere Schiff auch gerade an. Wir haben jetzt gleich halt 200 Tonnen Amalgam. Und dann können wir jetzt in der nächsten Regenzeit aber mal sowas von Barren durchballern. Unverschämt wird das. So, wir bringen denen ein bisschen Rum und Tortillas. Die freuen sich hoffentlich. Im Gegenzug nehmen wir Silbererz und Kautschuk mit. Können ja die schon mal hier vorplanen. Sobald jetzt gleich die Regenzeit beginnt, können wir nämlich dann die Kautschukproduktion ausbauen. Weil das sind dann die nächsten Schritte. Wir haben ja jetzt dann gleich eine ganze Menge... eine Menge Koks haben wir schon fast 500 Tonnen. Eine ganze Menge Koks und Amalgam. Das sind also nochmal 200 Barren. Dann haben wir schon 300 Silberbarren. Das heißt, dann geht es vor allem darum, diese Barren endlich in Münzen umzuprägen. Umzumünzen. Witz des Tages, Freunde. Witz des Tages. Alexa, erzähl uns den Witz des Tages. Was hat jemand, der immer im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Stark. Aber nicht so stark wie meiner. Was machen wir denn jetzt an die restlichen Parts, Freunde? Wir haben jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Wir haben zu gut gespielt eigentlich. Wir sind quasi... Wir sind irgendwie fertig gefühlt. Seht ihr, wie jetzt unsere Bilanz gerade ins Positive gegangen ist? Das liegt daran, dass wir die da hinten jetzt versorgt haben. 900 kostet das, um einen so eine Silberschmelzhütte umzusiedeln, oder was? Das kostet... Das ist genauso teuer, wie eine zu bauen. Ich wollte mir da nur ein bisschen Platz machen für noch ein bisschen Landwirtschaft. Damit wir noch was zu tun haben. Und dann kostet das einfach 3 Milliarden Dollar. So, Regenzeit. Regenzeit, Schmägenzeit. Sehr schön. Ich mag die Regenzeit. Naja, die Ziegen ziehe ich jetzt mal da oben hin. Da haben wir nämlich Platz. Dann kann ich... Weil das Problem ist, dass diese Farmen hier, diese Hacienda-Farmen, die müssen innerhalb der Hacienda liegen. Und jetzt habe ich gedacht, wir können da oben noch Farmen produzieren, aber das ist dann nicht mehr in dem Radius. Das heißt, wir waren stattdessen hier die Fläche frei, dass wir da noch Farmen hinbauen können. Aber das Umziehen ist wirklich teuer. So, jetzt haben wir in der Sommerzeit haben wir jetzt 240 Tonnen fast. 225 Tonnen Silberamalgam hergestellt. Jetzt können wir die ganzen Dinger pausieren. Jetzt gucken wir, was meine Bilanz macht. Bam, Junge. Einfach reich. Und stattdessen gehen wieder die Barrenproduktionen in Betrieb. Ohne Witz. Ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Ach, was für Revolution. Ruhig, ruhig, ruhig. Ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Ohne Witz. Ich glaube, Abreißen und Neubauen ist tatsächlich geldtechnisch günstiger als Umsiedeln. Guck mal, wenn ich die umziehe, zahle ich 900 Reis. Wenn ich die abreiße, kriege ich 450 zurück. Und wenn ich sie neu baue, zahle ich 900. Das heißt, Abreißen und Neubauen ist halb so teuer, geldtechnisch. Gut, ich muss dann halt Ziegel und Holz zahlen, aber die habe ich ja. Starke Monsunwinde brausen über die Insel. Die Bewohner glauben, es sei das wütende Heulen des Berges oder des Ungeheuers, das in seinen tiefsten Höhlen wohnt. Die Leute trotzdem zur Arbeit zwingen. Den Bewohnern freigeben, bis das Heulen sich legt. Dem Berg eine Opfergabe aus Silber darbringen. Mit 50 Silberbarren. Andererseits, alle Produktionsgebäude, Produktivität plus 50%. Wobei, warte mal, hier gibt es auch Produktivität plus 50%. Und da muss ich kein Silber für bezahlen. Aufstandsgefahr plus 25%. Ja, wen interessiert das denn? Rein. Ja, der Arbeiten klingt gut. Ich war gerade schon drauf und dran, da eine Opfergabe darzubringen. Dann habe ich es mir doch anders überlegt, weil ich dachte, was für Barren. Wie ich das Ganze auch ohne Barren haben kann. So, jetzt regnet es. Und damit füllt sich hier das Wasserreservoir. Das heißt, wir können jetzt hier mal umbasteln. Und das ist wichtig. Wir brauchen dringend mehr Kautschung. Jetzt haben wir nämlich gleich ganz viel Barren auf Lager. Zehn Minuten haben wir noch. Jetzt haben wir gleich ganz viel Barren auf Lager. Aber diese Barren müssen wir ja dann auch noch in Münzen umwandeln. Das heißt, wir haben jetzt 50% mehr Produktivität bei allen Produktionsgebäuden, oder was? Dafür steigt die Aufstandsgefahr. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir überall genug Polizeistationen haben. Damit die dann nicht plötzlich auf doofe Ideen kommen, weißt du? So von wegen... Oh, die Münzen hatten wir ja schon fertig, ne? Warte mal, wir haben jetzt noch 10 Minuten. 60 Barren, 10 Münzen, ja. Eigentlich müssten wir die Lieferung schon fertig haben, oder? Jo, 17. Warte mal, wir können uns die Münzen ja jetzt auch mal oben reinziehen hier. Dass wir da die Übersicht haben, wie viele Münzen wir haben. So. 132 Barren, 18 Münzen. Das ist unsere aktuelle Situation. Ich glaube, der Starkregen füllt die Wasserreservoire auch nochmal stärker. Als normaler Regen. Das heißt, wir sollten vielleicht... 1, 2, 3, 4... Wir sollten auf jeden Fall unser Wasserreservoir da unten freilegen. Feuerwehr mal wegmachen und... Was ist das hier noch? Eine Ammoniak-Anlage? Ja, komm, nee, weg mit der. Das weg, das weg. Das weg, das weg. Sehr düster Rad, irgendwie so, ne? Der Regen, das Wetter hier und... Hat sich hier oben unser Kanal schon gefüllt? Oh ja, das sieht sehr gut aus hier. Guck mal, wir können sogar noch weiter bauen. Das sieht ja richtig gut aus. Da können wir jetzt gleich ganz viel Kautschuk produzieren für unsere ganzen Münzen. Also ich denke mal, vier Kautschuk-Farmen können wir mindestens... Mindestens betreiben, oder? Vielleicht auch ein bisschen mehr. Man muss halt immer... Das Problem ist halt immer bei diesen Feldern, dass man dann um diese Dinger rum muss. Ich bin ja... Ich hab's schon mal gesagt, ich bin kein Fan von diesen Kanälen. Du musst dann hier immer so drum rum. Wie weit geht das denn noch? Wie viel Kapazität? 88. Dritte Kautschuk-Plantage. So, dann hier die Seite weiter. Vierte Kautschuk-Plantage. Ja, okay. Für Nummer 6 ist jetzt kaum noch Platz tatsächlich. Der hat jetzt nur noch ein paar Felder. Aber ich mein, das ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Kautschuk-Position. Und das Wasser steigt weiter. Nur das Blöde ist, da müsste ich jetzt wieder alle Felder wegreißen. Wieder den Kanal, noch ein paar Felder weiterbauen. Und das Ding ist, sobald jetzt dann die Trockenzeit kommt, dann sinkt der Wasserspiegel ja auch wieder. Und dann bist du wieder andersrum die ganze Zeit am Felder neu bauen, weil dann Felder quasi aus dem Bewässerungsbereich wieder rausfallen und so. Das ist ein blödes Hin und Her. Wir lassen die jetzt so laufen. Das sind jetzt hier ordentlich Kautschuk-Farmen, die ja auch alle noch geboostet sind. Und die geben halt jetzt ihr Bestes. Und dann hoffen wir, dass wir damit genug Münzen herstellen können. Das müsste reichen. So, jetzt arbeiten wir auf jeden Fall am Limit. Also, geldtechnisch sieht's jetzt ein bisschen klamm aus irgendwie, ne? Dadurch, dass ich auch die ganzen Silberdinger noch umgezogen hab, wir haben noch 7.000 Reis auf dem Konto. Das ist nicht so viel. Na gut, die Bilanz ist jetzt schön positiv momentan, aber... So, 127 Silberamalgamen können noch umgewandelt werden. Das heißt, wir kriegen nochmal 127 Barren dazu. Dann sind wir schon bei fast 300 Barren dann. Also, barrentechnisch sind wir gut aufgestellt. Und dann müssen wir das Ganze noch in Münzen umwandeln. Da fehlt halt einfach aktuell noch Kautschuk. Das ist einfach noch nicht genug Kautschuk-Produktion. Aber das sollte ja jetzt dann auch anlaufen. Ich meine, mit der Regenzeit, die wir jetzt gerade haben... Und da kommt der Chef am Start hier. Ich freue mich schon auf unsere Treffen, Oliveira. Wir haben hier ein Recht. Profitalsbrief. Sie sind nichts als ein Parasit. Parasit? Was ein freundlicher Zeitgenosse, oder? Das heißt, gleich wird die nächste Rate fällig. Aber die haben wir Gott sei Dank schon da. Sehr düsteres Regenwetter jetzt. Man sieht ja gar nichts mehr. Ich glaube, warum wir auch so wenig Geld haben, es liegt auch daran, dass die Felder so teuer sind. Nee, nee, nee. Erst in fünf Minuten, mein Freund. Dass die Felder so teuer sind. Dadurch, dass wir jetzt das ganze Kautschuk gebaut haben und so, das kostet halt alles sehr viel Geld. Aber wir müssen auch hier mal unsere Bewässerungsanlage ausbauen. Auch hier ist jetzt noch mehr Landwirtschaft möglich. So, nächste Schönwetterzeit hier. Ja, das ist noch alles im Rahmen, mein Freund. Ich habe doch die Zeit im Blick, Mensch. Wie lange haben wir noch? Eine Minute acht. Ich bin hier gerade noch ein bisschen am Maisfelder bauen, weißt du? Das hat jetzt Vorrang. Ja, jetzt ist es natürlich blöd. Jetzt habe ich hier die Felder zugebaut und jetzt geht nichts mehr. Gibt es einen komischen Kanälen. Wie lange haben wir noch? 30 Sekunden? Ja, jetzt müssen wir so langsam mal, ne? Guten Tag. Sie haben mein Silber? Ja, habe ich. Gute Arbeit, Oliveira. Ich bin sehr schön, dass sie nicht den Mut verliert. Erfolg auf halbem Weg. Sie haben die dritte Rate erfolgreich innerhalb der Fest abgeliefert. Sind Sie damit zufrieden oder möchten Sie mit dem Aktuar verhandeln? Erhöhen Sie Ihre nächste Rate massiv. Wenn Sie das schaffen, wird Ihre gesamte Schuld sofort erlassen. Klingt erstmal nicht schlecht. Den Aktuar mit Geld bestechen, um mehr Arbeitskräfte zu erhalten. Wir haben kein Geld. Ich bin pleite. Nur die Rate bezahlen. Ja, wir bezahlen nur die Rate. 80 Tonnen Silbermünzen in 45 Minuten. Die Barren für die 80 Silbermünzen haben wir schon. Was wir eventuell noch nicht haben, ist genug Kautschuk. Wissen Sie, Oliveira, mit all dem Silber wollen wir eine große neue Armada aufstellen. Ach, guck mal, wie viel Rum und eine Luftschiff am Marder. Natürlich werden Sie niemandem gut aus Ihrer Familie anvertrauen. Guck mal, wie viel Rum und Tortillas wir jetzt haben. Das heißt, wir können jeweils mal eine ganze Fuhre auf unsere beiden Inseln bringen. Wenn die mit Rum und Tortillas versorgt werden, kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Geld ran. So, wir lassen jetzt noch ein bisschen die Silberbarren umwandeln. Vielleicht pausieren wir schon mal ein, zwei von denen wieder. Okay, da müssen wir jetzt aber wirklich aufpassen hier. 3.000 Minus-Bilanz und wir haben nur noch 11.000 auf dem Konto. Oh, 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 da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht pleite gehen. Jetzt seht ihr vielleicht so ein bisschen, warum man vielleicht pleite gehen könnte. Gerade diese Becken zum Beispiel, die kosten so viel Unterhalt. Zeit der Wunder. Eine fröhliche Menschenmenge versammelt sich auf dem Marktplatz. In ihrer Mitte ist ein Junge, der am vorigen Nachmittag aufgehört hatte zu atmen. Seine Mutter trug seinen leblosen Körper zu den Höhlen im Berg und bettete ihn dort zwischen Opfergaben aus Rom und Tabak. Am nächsten Tag kam der Junge vom Berg zurück. Mit großen Augen und keuchend, aber sehr lebendig. Ich glaube, der Berg hat gewisse Kräfte. Ich glaube, Gott hat ein Wunder bewirkt. Ich glaube, es gibt eine rationale Erklärung dafür. Der Berg hat bestimmt gewisse Kräfte. Wir haben es alle gespürt. Da ist etwas tief im Berg. Ja, Silber ist da vor allem. Hoffe ich doch. Achso, wir wollten ja eigentlich Schluss machen, ne? Gott, ich bin jetzt irgendwie so im Stream-Modus gerade. Wir quatschen und spielen und machen. Die Rate ist bezahlt. Sagt doch einer was, Freunde. Wieso sagt ihr denn nichts? Also, wir produzieren jetzt ordentlich Mais. Wir haben jetzt viel mehr Wasserkapazitäten. Wir gehen ordentlich Richtung Pleite. Ne, ne, ich muss wieder pausieren, ja. Wir sind sonst pleite gleich. Okay, also, unsere Aufgabe für den nächsten Part wird zum einen, ähm, Silbermünzen herzustellen und zum anderen zu gucken, dass wir nicht Platte gehen. Ich meine, wir können natürlich manche Produktionen auch stilllegen, die jetzt nicht mehr benötigt werden, aber... Insofern, ja. Nächste Folge, Peter Zweigart, raus aus den Schulden. Wir versuchen irgendwie unser Geld wieder in den Griff zu kriegen. Und natürlich uns vorzubereiten auf die vorletzte Lieferung. 80 Tonnen Münzen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch was. Einen ganz schönen Tag. Und ich gehe jetzt gleich zum Klettern. Bis dahin. Alles Gute. Euer Walle. Bye, bye.